Wer hat an meinem Wiegele gesessen Tag und Nacht? Wer hat an meinem Krankenbett kein Auge zugemacht? Wer hat für mich die Sorge darb, gearbeitet und geschafft? Und wer hat für ihr Kind gegeben ihre letzte Kraft? Wer war zu mir mein ganzes Leben immer sanft und gut? Wer würde für mich geben den letzten Tropfen Blut? Mein jüdische Mame, sie ist die Beste auf der Welt. Mein jüdische Mame, euch wär das bitter, wenn sie fällt. Wenn Mame da ist, ist das Haus so freundlich und so rein. Im Himmel wird der liebe Gott meiner Mame gnädig sein. Nichts war ihr zu teuer, sie lief für mich durch Schnee und Wind. Durch Wasser und Feuer, wer sie gelaufen für ihr Kind. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, der hat eine schöne Madonna geschenkt von Gott. So wie meine jüdische Mame, sie ist die Beste auf der Welt. Mein jüdische Mame, euch wär das bitter, wenn sie fällt. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, der hat eine schöne Madonna geschenkt von Gott. So wie meine jüdische Mame, 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 Mame. So wie meine jüdische Mame. Sehr로 beden. Ich Untertitelung des ZDF, 2020